Die Ordner suchen verzweifelt nach den verschollenen Frauen. Angeblich, ja, angeblich wurden die Frauen von Ines gestern noch gesichtet. Eine übte für den armenischen Krieg Panzergrenadiere und wurde nunfalls vermisst gemeldet. Ein Ordner, Ivan Buskaretsch, der mit Schweinen vertraut ist, lockt sie an. Er sucht sie, im Hintergrund läuft das bekannte Lied, verdammt dich, lieb dich. Martin will sie herangrunzen. Wir suchen die Frauen, die im Jahre Schnee vom Ines gebombst wurden. Martin, finde deine Stiege, finde der nun die Verschollene. Nein, es ist doch nur ein Mammut. Es ist ein Mammut. Da, was ist mit Buskaretsch? Er hat etwas gefunden. Nein, er erschlägt sie. Es war nur eine Wildsau. Könnte es die Wildsau von Ines sein? Da oben wird auch gesucht. Wir haben einen anonymen Tipp bekommen. Zu sehr, bitte geht mit. Unglaubliches Tennen. Wir haben wohl seine Freund gefunden. Wir haben sie gefunden. Da sind sie. Okay. Äh. Da waren sie. Oder? Ah nicht. Ha. 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 Da war. Da war's mir